So, direkt mal mit nem BF-Schwert starten. Ja, nice. Haben wir ihn gleich mit. Nice, Kevin. BF-Bros. BAM! BAM! Ich labe ja. Und wenn wir am Körböse mal sehen, dass wir in dem investedigen Mönchengen, weil wir eigentlich in der Heimat hierarbeiten, aber die Erbrä factor sind, dass sie die Mönchengen haben. Das Adam Schöne für das W ettte Mal sehen, dass es die Möstein ist, sondern wir haben sich in den Mönchengen, dass sie den Mönchengen sind. Der hat eigentlich schon 2-0-1-2 gewinnt in unserem Team. Wo hast du den richtigen Champ? Das ist alles. Uiuiui. Uiuiui. Schade, dass er jetzt meine Ulti noch nicht hat. Hm. Ich glaube, Lebensraum ist gegen das Team gar nicht so schlecht. Aber die kommen eigentlich gar nicht an uns ran. Dann kannst du ja ein Minions wieder oben rein. Guck mal Mana. Ja, ich hab voll. Gesniped. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Da trot sich der nur noch mal weit rein. Der ist tot, wenn er nur in die Outattack-Nähe läuft, ist er tot. Der ist tot, wenn er nicht mehr kalt ist. Der ist tot, wenn er nicht mehr kalt ist. Der wird im Trendsirm. Oh man. Nein, da kein Licht gibt es ja nicht. Oh man ist mal der Heildinger. Oh ja, ich habe gerade auch kaum Geld. So weit bin ich gar nicht mehr hinter dir vom Geld. Ich bin nicht gestorben, ich stehe bei 6.0. Ich auch nicht. Ich sollte echt mal sterben, weil ich glaube ich mache kaum noch Damage. Und bei 130 AD könnte ich wahrscheinlich das Doppelte schon haben. Naja Nunu bei den Minions ist es ja nicht so einfach mit dem Schneeball durchzukommen. Ich kann nicht probieren durchzulaufen. Naja, ich meine noch eine genommen. Oh, okay. Ich habe gerade meine Macht. Ich bin nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Und ich bin nicht gestorben. Ich habe meine Macht. Was ist ein Ulti? Nein, shit, Karte Skues, nicht daran gedacht, dass die auch noch da sind. Was ist ein Ulti, der Welt, du bist frei, also fliegt nur nach uns, lieb wohin der Wind dich hält. Doch du kannst auch in der Welt, der fiel sonst noch ein Ziel vor schwer und so weit. Ja, ja, ja. Boah Boah Das war schön. Hast du was ready, Captain? Na, ne, das können wir nicht rein. Mh, mh. So stimmt. Dann halt auf jeden Fall. Naja, und wenn wir die ganze Zeit aufhören. Huiiii! Ja. Hm. Ah, das ist ein Pitzender. Halt auch schlachen kühnste Ja, genau So bitter, wenn er die Poppy an die Wand knallt, he Vielleicht von der Wand wegbleiben Wooh Ufff. User, join your channel. Hallo. Juhu. Ich muss euch wieder lauter stellen. Nein! Heal! Nein, ist doch nicht gereicht. Oh Gott. Na gut, es dauern wir mal ein zweites Mal sterben. Ich glaube, manchmal muss ich halt echt selbst killen, weil sonst... Ich habe gemerkt, ich könnte jetzt echt die letzten 5 Minuten oder so gar nichts mehr machen. Damage machen gar nichts. Aber langsam merkt man es, damit wir keinen Tank mehr haben. Alter, dass wir keinen Tank haben, finde ich. Aber wenn der Nunu und die Potten drinstehen... ...kommt man... ...kommt man... ...kommt man ja nicht... ...kommt man ja nicht so lang, bis mein Atem mir vergeht... ...muss dich warten... ...miss dich verbinden... ...lässt du dich nicht... ...und ich habe es gesehen, dass ich gesloten würde und habe mich noch so kurz gefragt... ...was werde ich wohl gesloten... ...und dann... ...fuck! Immer der gleiche Trick. Und die geht halt voll auf der AP, der Nunu. Ja... Also haben die auch nur einen Tank. Ja, unter einer Sekunde. Bist du müde? Nee, eigentlich nicht. Aber anscheinend schon. Damage, wie geht es dir? Ja, gut. Also ich glaube, ich bin so... Ich habe nicht lange nichts mehr gehört. Ja, ich weiß. Hast du alle Gedanken gemacht? Wenn du Clemens Streams verfolgt hast, dann wirst du oft deinen Namen hören. Ja, wo ist es denn? Was ist denn los? Echt? Ich habe mir gar nichts verfolgt. Von mobil auf offline geschaltet. Ja, nee, ich war gar nicht am PC. Überhaupt nicht. Boah, Alter Gottes. Halleluja, gute Besserung. An wen auch immer. Ich glaube an deine Freundin, Clemens. Wie bitte? Gute Besserung an deine Freundin, eventuell? Achso. Ich glaube, Kevin hat nur einen Raucherhusten. Achso, im Hintergrund hat Kevin einen Raucherhusten. Hä? Heftig. Das ist... Eine Sterbelunge. Ne, ich habe mal geguckt mal an, weil ich dir meine... Also die Nachricht geschrieben habe. Das ist fast zwei Wochen her. Ja, das habe ich dann nämlich auch gemerkt. Ja, wir haben uns doch gewundert, weil du warst halt immer auf mobil quasi. Ja, ja, weil ich da die App noch hatte. Und ich habe die aber... Boah. Wann habe ich die deinstalliert? Ja, ist ja auch egal. Und dann auf einmal auf offline. Dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen die Hoffnung verloren. Und dann haben wir so überlegt, da hast du vielleicht einen neuen Account gemacht, um abzuschließen oder so. Ne, ne, oh Gott. Nein, so heftig war das jetzt echt. Hallo, Herr. Ich habe einfach nur... Ich hatte... Ja, nein, ich hatte einfach nur... Ja, ich hätte halt mal Bescheid sagen können. Ich hatte euch ja auch Bescheid gesagt, dass ich mich vom anderen getrennt habe. So, weil... Keine Ahnung. Ich habe halt echt... Ich habe ja fast jeden Tag mit euch gezogen. Ja, ist doch okay. Piau! Ich habe mir noch so überlegt, ob vielleicht irgendwann mal eine Prüfungsphase ist oder sowas. Ja, aber ich habe ja... Ich studiere ja jetzt momentan gar nicht. Ich gehe ja noch arbeiten. Ich habe ja mein Studium abgebrochen noch vor Weihnachten. Und habe mich... Oder beschreibe mich jetzt halt um. Auf Jura erstmal. Und gehe halt nicht hin. Aber dass ich halt eingeschrieben bin an der Uni und halt... Boah, Alter, diese Karte soll die? Und halt weiter arbeiten kann bei Siemens eben als Werkstudentin. Und jetzt werde ich ein halbes Jahr arbeiten. Und dann kann ich nämlich erst ab Oktober meinen neuen Studiengang anfangen. Ah, okay. Und deswegen studiere ich gerade gar nicht. Also, ähm... Ich war eigentlich... Kein gutes wussten wir ja nicht. Ja. Ne, ich war nur arbeiten. Wie gesagt, ich hätte euch eigentlich voll gern Bescheid gesagt, aber ich habe einfach mein PC nicht mehr angehabt. Ich hatte mein PC nicht an und habe die App deinstalliert. Und dadurch habe ich gar nichts mehr so mitbekommen. Das habe ich aber auch nicht gebraucht. Also, ich... Keine Ahnung. Ähm... Es ist halt... Ähm... Es war halt so, ich hatte halt jemanden kennengelernt. Und ich habe halt mit dem Andi ja vereinbart gehabt, dass wir ganz normal befreundet bleiben. Und, ähm, so wie ich halt bin, rede ich halt ganz normal mit meinen Freunden und bin halt auch fair und ehrlich zu meinen Freunden. Weil das einfach so... Also, Ehrlichkeit ist für mich so das A und O. Also, wenn ich zu jemandem nicht ehrlich sein kann, dann ist es auch nicht mein Freund oder irgendwas. Und, ähm, dann habe ich halt, so ehrlich wie ich bin, ihm das erzählt, dass ich halt jemanden kennengelernt habe. Und seitdem ist er jetzt halt ziemlich schlecht, auf mich zu sprechen und hat irgendwie ein Problem with me. Und, ähm, er hatte dann auch so meine Mom gefragt, was sie jetzt davon hält und was sie jetzt über mich denkt und sowas. Und dann habe ich, also dann habe ich erstmal kurz die Welt nicht mehr verstanden. Ähm, weil getrennt ist getrennt und Schluss ist Schluss, aber fair auch, okay. Und, ähm, dann dachte ich halt, okay, also in seinen Augen bin ich jetzt halt irgendwie schlampe oder weiß ich nicht. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, dann habe ich jetzt aber auch nicht so Bock irgendwie... Also, ich hatte generell einfach keine Lust, weil es war halt nicht nur er. Also, er hatte mir dann halt geschrieben, ja, er braucht jetzt Zeit. Er weiß jetzt nicht, ob er nochmal irgendwie irgendwas mit mir zu tun haben will. Und ich wollte einfach irgendeiner dummen Situation aus dem Weg gehen, in dem ich halt gar nicht mehr ongehe. So, und, äh, ich wollte mich so der Situation nicht so stellen, sage ich mal so. Ähm, weil ich doch ein bisschen schisser bin, ähm, wenn Leute über mich schlecht reden eventuell, weil mich das schon trifft. Und, äh, da mir eure Meinung über mich halt auch relativ wichtig war und ich mir eben dachte, okay, was ist, wenn er irgendwas Schlechtes über mich rumerzählt oder so. Weil, kann ja sein, dass er ganz normal mit euch weiterzockt und nur ich halt nicht. Ach du, schlechter können wir von dir nicht denken. Ach so, na dann. Aber, um ehrlich zu sein, ich glaube, Andy hat einmal mit uns gespielt, Kevin, oder? Also, ich habe zweimal mit ihm gespielt. Ja, zweimal. Also, mehr war das jetzt gar nicht. Das kannst du selber ausrechnen in den zwei Wochen. Ja, das wusste ich. Und ich bin dann halt vom Schluss ausgegangen und um halt dem aus dem Weg zu gehen, dass mich jetzt auf einmal, dass mich jetzt alle hassen, um halt dem aus dem Weg zu gehen, habe ich halt gesagt, okay, ich mache jetzt den PC erstmal aus, lehne es dann in die App.